Oh, die mag ich. Hauptsache ihr seid schon im Spiel. Hier gibt es echt keine Munition. Die Pumpe ist geil. Das ist eine geilere Pumpe wie die, die man sonst findet. Gleich ist oben was. Komm, wir gucken mal oben. Hauptsache ihr seid alle drei im Spiel. Hier oben sind noch mal neue Waffen. Medikills, Molotovs, Pipebombs. Wo? Wo ist oben? Ach da! Oh, ich bin runtergeschoben. Das sah aber auch gut aus. Ich bin mit den Bohren hochgeklettert. Ja toll, jetzt hat er mich runtergeschobst. Werden wir bestimmt brauchen, wenn das Zeug hier liegt. Hier ist aber keine, keine, keine Munition. Ja, lassen wir das mal hier drin, was hier drin ist. Er hat doch fast jede Waffe am Steiger. Das ist gar nicht, was du willst. Ich will aber auch... Ich will aber auch... Also Munition habe ich immer noch nicht gefunden. Ja, aber ich glaube, wir brauchen das Zeug, was hier oben noch drin liegt. Unten. Aber wieso gibt es hier keine Munition? Oh, weil die Waffen volle Munition haben. Chill. Aber wer? Mann, oh. Los, ich will den Knopf drücken. Ich hasse dieses Level. Ich habe so eine Ohrbombe. Ja auch. Ja, dann... Ich würde jetzt aber noch nichts draufwerfen. Und wenn, absprechen kurz. Wir sind gleich alle auf einmal weg. Oh, jetzt. Oh, oh. Ready to rumble. Oder nicht? Oder? Okay, nicht die Autos probieren. Ich bleib rechts. Na toll. Am besten einfach durch rein, sicher? Ja, ich probier's. Ich glaub mal, BORN hinterher. Oh, Leute, lass mich doch in Ruhe hier. Okay, Seitenwechsel. Links weiter. Oh, 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 oh. Ich bin auch gar nicht im Fass runtergefallen. Okay, alles cool, alles cool. Weiter. was war das für ein geräusch wir sind sowieso die neue waffen die schmeiß man ich weiß man nicht und hat das schluss hinter euch oder kürzen tor vor dieser raketen der tors habe mich erwischt seit mir unten und ich bin oben wir müssen über uns kommen einfach weiter das ist okay kommt wieder zu uns oh ich sterbe hier wird niemand zurückgedacht jetzt soll ich mich mal kurz heilen hier oben hat es noch nämlich durch selber und hinterlassen weiter ja kann man nicht mal eben hinter mir haben es dann ich meine ich muss nicht beschützen einfach weiterlaufen 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 nein ja ich hab schon wieder einen Hunter auf mir hier kommt man gleich mal auf den Truck raus einmal rechts was hast du gerade zu mir gesagt? du bist ich glaube weiter tschüss ne 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 am Arsch ne tschüss oh Film meine Film ich gehe weiter tut mir leid ich kümmere mich um den wir müssen wir müssen auf Autos wir kommen wieder hoch da auf den Dings so hier sind noch mehr Pillen da ist ein Hunter lauf schön links weiterlaufen links weiterlaufen links weiterlaufen nächstes Mal wächst der Angst auf lauf 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 ja tralalala hopp ich bin klar drüber dafür wird die Rettungsfahrzeug ne da vom Hochschrauber ne da vom Hochschrauber oh oh ich hab fünf gleich aua aua das ist gar keine Rettungsfahrzeug das sind Sektor oh hier sind hier sind Sachen hier sind Sachen weg 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 das musst du denn da nicht machen oh nein nein profi peli profi peli profi peli profi peli profi peli profi peli heli go müssen wir jetzt nur zum heli kommen? ja wir müssen nur zum heli ja weil hier noch medikits liegen aber dann scheiß drauf nein ah ihr Schweine komp profi kom 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 ja das ist so ihr seid so kleine bissarschlos dicker zongies hier profi peli profi peli Ja, ich habe ein bisschen verloren hier. Nein. Das Problem ist, wenn du vor dem Tank nicht ausweichen kannst. Das ist echt hier. Nein, schocki, 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 schocki. Ich bin drin. Komm, Arsch, die arme Muffeln. Ich habe keine Budi mehr. Sorry, Muffeln. Macht nichts, macht nichts. Ich habe das noch. Ich habe das noch. Ich habe Muffeln. Ich bin hier nur hängen geblieben, weil die Dreckszombien... Die Brücke kam mir irgendwie größer vor. Ja. Minimal. Gedenken an Punk-Muffeln. Man muss sie auch sterben. Er muss immer sterben. Mal sehen, wie jetzt diesmal die Spielzeit. 4,5 Minuten haben wir für drei Lernwege gebraucht. Boah, boah, Nachmaul. Ja, aber was, die hier, ne? Verbraucht das Verwandzeug? Dafür bin ich die Pillenkönigin hier. Bogensüchtigen. Basti ist der Schnitzler. Basti ist der Schnitzler. Basti ist der Schnitzler. Basti schnitzelt hier alles ab. So sieht es echt aus. Okay, Splitter hast du am meisten. Basti. Basti. Am meisten Schaden. Ja, am wenigsten Schaden erlitten. Und am wenigsten Verbündeten getroffen. Dafür habe ich mich auch nicht vermeiden, wiederbelebt, ja? Und beschützt. Ich habe euch am meisten geheilt. Und dafür habe ich die beste Gehörigkeit. Genauigkeit ist gut. Unglaublich. Kopfschlüsse, 10%. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Achso. Bidding, biding. Das knallt, wenn er auf die Taste haut hier.